Wir erforschen das Erdsystem, wo die verschiedenen Teilsysteme, Klima, Atmosphäre, Ökosysteme, Ozeane miteinander wechselwirken und das versuchen wir besser zu verstehen. Zum Beispiel, wie reagieren Ökosysteme darauf, wenn wir eine Dürreperiode haben, wie viel Kohlenstoff wird dann zum Beispiel aufgenommen von den Ökosystemen und wie wirkt sich das dann wieder zurück auf das Klima aus. Was wir geprägt haben, ist das Erdsystem datenorientiert zu verstehen, indem wir Fernerkundungsdaten, Beobachtungsdaten verwenden. Und eine wichtige Erkenntnis, die wir so auf diesem empirischen und evidenzbasierten Weg gewonnen haben, dass der Wasserkreislauf sehr, sehr wichtig ist für die Ökosysteme. Wenn wir über Klimawandel diskutieren, geht es oft ja immer um die Erwärmung. Aber was wir gefunden haben, ist, dass der wichtigste Faktor ist, wie viel Niederschlag wird denn in der Zukunft fallen. Die Entwicklung geht in der Tat dahin, dass wir sehr viel stärker Theorie, Modelle und Daten, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen zusammenbringen. Und in dem Bereich, was wir auch jetzt hybride Modellierung nennen, wird es, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren sehr viele Fortschritte geben. Mit dem Ergebnis, dass wir das Erdsystem sicherlich besser verstehen mit diesen Ansätzen und auch bessere Vorhersagen machen können.